Bist du bereit für die Öffentlichkeit? Jetzt ist wieder gute Laune. Ist das von dir? Das habe ich jetzt gerade reingemacht. Das Wasser für den Kaffee, den du trinken möchtest. Wieso jetzt wieder gute Laune? Woll ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Gute Laune den ganzen Tag schon. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Haus-Renovierungs- Bums-Gedöns-Bums-Video von uns. Es ist wie immer eine Überraschung, was uns heute alles erwartet. Jetzt wird erstmal Kaffee gekocht. Vielleicht kommen die Helferlein. Die 18 kleinen. Die 18 kleinen fleißigen Helferlein. Und wir haben den halben Tag gegammelt. Wir haben es uns vorgenommen. War aber nicht so möglich. Wenn er eingeschlafen hat, hat der Runzi auch meinen Kopf gelegt. Ja, und dann hatten wir halt noch einen Termin mit dem Umzugsunternehmen. Und deswegen mussten wir halt so ein bisschen wenigstens so klar Schiff machen bei uns zu Hause. Und wir haben uns jetzt für ein Umzugsunternehmen entschieden. Das wird der Bernd morgen kontaktieren und wir Termine machen. Ach, okay. Die Helfer sind da. Es geht los. Der Plan für heute ist es Lampen zu installieren. Wir haben so LED Lampen geholt. Die man hier so umstellen kann. In verschiedenen Größen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal oben wie weiß die Decken sind. Lass die einfach liegen. Lass die einfach liegen. Lass die einfach liegen. Also hier bin ich ja schon im Flur. Hier hat man überall vom Nikotin so die Bilderrahmenabdrücke gesehen. Und das ist jetzt alles schon schön weiß. Hier auch. Da hatte ich euch auch ein Foto eingeblendet. Hier wo die gestrichen haben. Die Decke. Wahnsinn was das für ein Unterschied ist. Die Heizkörper habe ich ja auch schon gereinigt. Einigermaßen. Ein ganz anderes Gefühl. Und dieser Nikotin Gestank, der hier war, der ist schon also fast weg. Man riecht es kaum. Kaum zu glauben. So. Das hier wird Kalvinos Zimmer. Da haben wir ja gestern, habt ihr gesehen in dem Blog, eine Couch ausgesucht. Die würde dann hier hinkommen. Hier würden wir den Fernseher hinstellen. So, ich bin ein bisschen außer Atem. Dann wahrscheinlich also an einer von den beiden Wänden den Kleiderschrank und das Bett. Und dann habe ich überlegt, hier so einen Raumteiler hinzumachen. Aber das wissen wir noch nicht so genau. Was ist hier los? Oh, ihr spielt jetzt hier zusammen. Ja, hier habt ihr Platz. Ja, und hier soll jetzt gleich eine riesige, runde, große, ich glaube 77 Zentimeter LED-Lampe hängen. Schauen wir mal. Achso, und hier ist der KVC, der ins Schlafzimmer soll. Der KVC wollte ich zeigen. Der KVC wollte ich zeigen. Nein, Bens Eltern ziehen sich gerade um. Hier, das ist so wie so ein Laminat quasi. Ich habe gesagt, das ist einfacher, als wenn wir da jetzt anfangen, Laminat zu verlegen. So. Jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee zur Stärkung. Das sieht aus, als ob die glitzern. Ja, ja. Das habe ich auch schon mal gesehen. Nur wenn das ist LED, ne? Wenn die Beere kaputt ist, müsste die ganze Land rein. Aber warum soll die gerade kaputt sein, ne? Die sollen ja angeblich so unkaputtbar sein. Ja, ja. Also wir haben den Rauch schon ewig, mit Egel und Rad. Nur aufpassen beim Anschließen, ne? Ja. Das können wir gleich alles extra lassen mit. Ja. 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 Also, Bernd bringt die Lampen an und wir machen hier die Fußbögen sauber, den Laminat, damit die Fußleisten angebracht werden können. Ja. 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 Boah, siehst du? Ach, die gehen dann beide gleichzeitig? Mach mal. Warte, Beeren. Warte jetzt mal hier aus. Mach das mal da. Nein, siehst du auch nichts mehr mal. Aber du darfst ja gerade gegen's. Ja. Jetzt geht's. Mach jetzt mal die andere Farbe. Ja. Warte mal. Ja. 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 Mach da aus. Boah, ist die hell, ne? Ja. Ja. Die große da unten ist besser als die kleine und so umgekehrt. Wenn man da steht, versuch die mal, die ist wieder anders. Ich mach doch nicht mit System. Ach so, die sind dann, wenn einer da klickt, einer da. So, jetzt da. Da aus. Passt. Ich glaub, das ist gut. Ist einfacher als mit diesen, was vorher war, oder? Ja, ich muss ein Zollstück holen. Was sagst du, Bernd? Diese Kniedinger mit dem Zoll. Welche Dinger? Fürs Knie. Ach so, ja. Da ist eins. Von deiner Mama. Ja. So. Hier mach ich jetzt. Das sind ja die Fußleisten, die dranbleiben. Und ich wollt mal versuchen, ob ich das alles hier sauber bekomm. Genauso wie, also das war schon bevor wir gestrichen haben, ja. Aber das kriegt man ja alles ab. Und da mach ich mich jetzt mal anziehen. Das laute Geräusch, was ihr hört. Das ist das Schleifgerät. Die Türen müssen angeraut werden, weil die ja geschliffen werden. Ja. Und das wird gerade gemacht. Also die haben hier Silikon auch drauf gemacht. Das ist gar nicht so einfach zu entfernen. Ich mach jetzt immer erst mit dem Cuttermesser hier die Ritze. Oh, sorry für den Lärm. Und dann mit dem Spachtel versuche ich das hier abzumachen. Aber ja, manchmal geht's mit dem Spachtel einfacher und manchmal mit dem Messer. Da muss man immer so ein bisschen hin und her probieren. So, jetzt ist quasi dieses Zimmer fast fertig. Wir haben jetzt auch so eine Lampe dran gemacht. Und auch die kann man halt jedes Mal, wenn man die anmacht, ist ein anderes Licht. Auf der Kamera kommt's halt nicht so rüber, wie es ist. Die Fußleisten sind dran. Die sind jetzt farblich ein bisschen anders als der Laminat. Aber ja, ist jetzt halt so. Ich war von dem Laminat eh nicht so begeistert. Wir müssen noch Steckdosen und Lichtschalter und sowas alles holen. So, hier haben wir ja dann auch die Lampen. Die habe ich euch ja schon gezeigt und davon bin ich so richtig begeistert. Hier. Hier ist jetzt heute nichts passiert. Hier ist auch nichts passiert, glaube ich. Nee. Aber hier ist noch ein bisschen was passiert. Das ist der PVC, der ins Schlafzimmer kommt. Und hier, ja, weiter bin ich nicht gekommen. Muss ich gucken. Mache ich immer ein bisschen. Alles wird gut. Gut Ding will Weile haben. Und das ist was, das kann ich immer gut zwischendurch machen. Wenn ich Zeit habe alleine, kann ich hier hinkommen und sowas machen. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das funkelt. Total. Schade, dass man das nicht sieht auf der Kamera. Ist echt schade, weil das richtig schön, als ob es glitzt. Funkelt. So. Jetzt mache ich überall aus. Das ist echt wie Tageslicht. Sieht das aus. Unglaublich. Schön. So. Okay. Jetzt machen wir Feierabend für heute. Wir haben nur drei Stunden heute gemacht. So. Ja, gerne. Wir sind zu Hause. Und? Moment, ich muss mal eben abschalten. Smurfy, komm mal hier. Ich habe nämlich total Durst. Und ich habe mich schon die ganze Zeit so auf Eiswasser gefreut. Mh. 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 Der Bernd rollt gerade die Pizzen aus. Wir haben alle mega Hunger. Mh. Und klugerweise hat er schon den Teig vorbereitet, bevor wir zum Haus gefahren sind. Mh. 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 Die Soße, die bei fertigem Pizzateig dabei ist, die mag ich nicht. Habe ich gerade gesagt, tu so als ob wir zivilisierte, gut gelaunte Menschen sind, die Kamera läuft. So, ich nehme nämlich immer... Da, da ist ein Süßchen. Vom Lidl, die Pastasauce, die ist so lecker. So lecker, da fällt noch fast die Zwiebel aus der Hand. Genau. Wolltest du Spargel? Würde ich auch nehmen, ich würde alles essen fast gerade. Ich weiß, echt? Fast, ja. Mach's Luffy. Geh runter mit dem Schnäuze. Du hast schon gegessen. Also egal. Warte. Ich habe übrigens die 70 Kilo geknackt heute. Ich auch. Machen Sie ein bisschen Platz? Ja, ich mache ein bisschen Platz. Ja, 70 Kilo. Also ich hatte drei Wochen gar nicht zugenommen. Da habe ich schon gedacht, so wow. Und dafür habe ich dann jetzt in einer Woche ein Kilo fast zugenommen. Ja. Ja. So reicht dann? Einmal ja. Dass die bisschen so dünner ist. Dankeschön wieder mal. So, ich habe das jetzt mal, bevor ich es zuklappe. Letztes Mal habe ich es vergessen. Deswegen zeige ich es euch diesmal. Also ich habe hier drauf Spaghetti, Kidneybohnen, Zwiebeln, Ananas, Banane. Ja, ich habe das jetzt mal gemacht. Ich habe das jetzt mal gemacht. Ich habe das jetzt mal gemacht. Und dann, ach so, diese Dinger hier. Diese so milde Peperoni sind da drauf. Mais, Kidneybohnen habe ich, habe ich gesagt. Zwiebeln. Ja und Tomatensauce. Und das ist, es heißt PP. Perverse Pizza. Smurfy, runter. Ja. Ja. Und das wird jetzt zugeklappt. Okay. Ja, ich habe leider Knoblauch vergessen. Egal, den mache ich mir dann roh auf den Teller rein nachher. Hier ist Calvinos Pizza. Die sieht schon fast gut aus. Ein Minütchen noch. Wir spielen Pokémon. Die sind ja voll dabei. Und da wir ja eh ganz viel immer spazieren gehen mit dem Hund, brüten wir die Eier aus ohne Probleme. Das macht jetzt nur Sinn für die, die auch Pokémon schon mal gespielt haben. Tja. Tja. Hinwald. Wollte ich jetzt eigentlich nur noch das Video beenden. Wir müssen den Bernd noch fragen nach der Weisheit des Tages. Weisheit des Tages. Weisheit des Tages. Ja. Passend zum Thema Pokémon. Äh. Was soll ich denn Mama eine Weisheit preisgeben? Weiß ich nicht. Sie sind doch wichtig. Jetzt würde ich nochmal die Gestalt fahren und drehen jede Menge. Hier hat man eine Parabella. Ich möchte jetzt nur noch gerne auf dem Sofa liegen. Oder Bett. Was ja beides dasselbe ist. Noch. Ja. Wir haben gerade schon gesprochen. Dass das jetzt, also das sieht schon richtig schön aus. Jetzt so in dem Haus mit den Lampen. Und oben so weiß gestrichen. Ach. Jetzt habe ich denn die Tüte verloren. Ja. Und wenn dann auch noch alles eingerichtet ist und wir wieder ein eigenes Bett haben. Da freuen wir uns drauf. Weil uns tut teilweise morgens alles weh. Ich meine das nicht zum einen daran, dass wir den ganzen Tag am Rödeln sind. Und alt sind. Dass wir alt sind. Genau. Aber auch das Sofa ist nicht dafür gemacht, da dauerhaft drauf zu schlafen. Wie lange schlafen wir da jetzt drauf? Ein Jahre. Bald ein Jahr, ne? Ja. Ja. So. Naja. Egal. Wir wollen euch nicht voll jammern. Ich schon. Dann machen wir. Ich bin nicht gejammert heute. Genug gejammert? Okay. Dann. Ach, hier war was tolles zu fangen. Ja. Hier war was schönes. So ein weißer. So ein weißer. Wattestworthy. Ich habe mich gerade wegschicken hier. Na. Albi nach. Oterario. Hier. Hier. Erzähl mal deinen Freund nach von dem gestern mit den Titis. Irgendwie fangen ab. Mit den Titis. Ja. So eine Spermium mit Titis. Hör auf, sonst wird mein Video wieder gesperrt. Ja. Hör auf. So was darf man nicht sagen. So nicht. Nur weil das Video dann wieder gesperrt wird. Dann sag wieder. YouTube du bist zu obszön. Ich mach ein neues Video. Das ist schön obszön. Ja. Wenn du noch mehr ziehst, reißt du mir die Schulter ab. Dann kannst du die fressen und bist frei. Okay. Challenge. Ich lege jetzt auf wollte ich sagen. Weil mein Arm wird lahm. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao. 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 Ciao.